Was ist Power-to-Ex? Power-to-Ex ist neben anderen Anwendungen der Schlüsselbaustein zur Energieversorgung und damit auch Kopplung von Sektoren, für die es heute und in absehbarer Zukunft keine reinen elektrischen Lösungen gibt. Beispiele für diese Sektoren sind Industrien wie zum Beispiel die Stahl- und Zementproduktion sowie Schiff- und Luftfahrt im Mobilitätssektor. All dies sind Gebiete, die heute von fossilen Brennstoffen abhängig und dafür einen großen Teil der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sind. Die Power-to-Ex-Industrie im Allgemeinen und die Umwandlung von erneuerbarer Energie in grünen Wasserstoff im Speziellen ist hierbei die Antwort auf die Bemühungen zur Dekarbonisierung in diesen Sektoren. Der sogenannte grüne Wasserstoff wird hierzu direkt und ohne jegliche CO2-Emissionen aus erneuerbarer elektrischer Energie erzeugt. Die elektrische Energie wird also in einen gasförmigen Energieträger umgewandelt. Dieser Energieträger kann dann über längere Zeiträume gespeichert und größere Distanzen transportiert werden. Auch bei der späteren Nutzung des Wasserstoffs entstehen keine weiteren CO2-Emissionen. Das Verfahren zur Erzeugung des grünen Wasserstoffs ist die Elektrolyse. Um die Ziele zur Dekarbonisierung der angesprochenen Sektoren anzugehen, hat die Bundesregierung das Ziel von 10 Gigawatt installierter Elektrolyseleistung allein in Deutschland bis zum Jahr 2030 ausgeschrieben. Das ist mehr als das 100-fache der derzeit in Deutschland verfügbaren Elektrolyseleistung. Da Power-to-X ein wichtiger Baustein auf dem Weg hin zur All-Electric Society ist, bieten wir hier verschiedene Lösungen in diesem Bereich an. Durch langjährige Erfahrungen im Bereich der Prozessindustrien besitzt Phoenix Contact bereits ein umfangreiches Portfolio an Lösungen und Dienstleistungen, die auch direkt in der Power-to-X-Industrie anwendbar sind. Dazu gehören ganze Produktreihen mit den hier relevanten Zertifizierungen, zum Beispiel im Bereich der funktionalen Sicherheit, Explosionsschutz sowie Cybersecurity. Abgerundet mit den passenden Dienstleistungen bieten wir Ihnen alles aus einer Hand. Als Beispiel kann ich von einem Projekt mit einem Hersteller von Elektrolyseanlagen berichten. Dieser hatte das Problem, dass er für eine neue Produktgeneration im industriellen Maßstab eine neue Risikoanalyse durchführen musste. Darauf aufbauend musste das Sicherheitskonzept der Anlage neu gestaltet werden. Dies war einer der ersten Schritte im Produktdesign, da das Ergebnis Einfluss auf die Auslegung sehr vieler Anlagenteile haben würde. Hierfür bieten wir passende Dienstleistungen zur Unterstützung des gesamten Sicherheitslebenszyklus einer Prozessanlage. Unsere Spezialisten aus dem Bereich der Prozesssicherheit moderierten dazu die Hasop-Studie des Kunden. Später unterstützten wir den Kunden bei der Auslegung und Validierung der Sicherheitsfunktion sowie der dazu nötigen Erstellung von der SIE-Nachweise. Auch die notwendige Software für das Sicherheitssystem wurde durch unsere in diesem Bereich zertifizierten Ingenieure erstellt. Im weiteren Verlauf des Projekts suchte der Kunde dann nach Partnern, die Lösungspakete für komplette Teile seiner Anlagen liefern konnten. Dies wurde nötig, da der Kunde sonst seinen ambitionierten Zeitplan für die ersten Pilotanlagen nicht mehr halten konnte. Für die Steuerungstechnik der gesamten Anlage konzipierten wir die komplette Hardware-Lösung und auch die Software-Applikation. Die Anforderungen dazu wurden von uns Schritt für Schritt mit dem Kunden zusammen verfeinert. Schlussendlich lieferten wir hier die komplett mit unseren Komponenten ausgerüsteten Schaltschränke und nahmen die Anlage zusammen mit unseren Kunden in Betrieb. Zusätzlich lieferten wir auch ein umfangreiches Paket an AC-DC-Umrichtern zur direkten Leistungsversorgung der elektrochemischen Stacks im Megawatt-Bereich. Eine besondere Herausforderung war hier die Abfuhr der Verlustwärme im Betrieb. In gemeinsamen Workshops arbeiteten wir mit unserem Kunden die endgültige Lösung. Hier half uns besonders der Umstand, dass im eigentlichen Betriebspunkt der Anlage unsere Geräte nur 50% der Abwärme im Vergleich zu vorher genutzten Geräten erzeugten. Das Design der Raumkühlung konnte daher drastisch vereinfacht werden. Für die Realisierung der Energieumwandlung in der All-Electric Society bietet Phoenix Contact ein umfangreiches Leistungsspektrum, angefangen von Komponenten bis hin zu individuell angepassten Softwareanwendungen.